Die Kaufpreise von Wohnungen steigen in Süddeutschland weiter an. In 88 von 126 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöhen sich die Angebotspreise von 2020 auf 21 um mindestens 10%. Das zeigt ein aktueller Vorjahresvergleich von Immowelt. Die Preise sind jetzt, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Jahre stark oder stärker gestiegen. Wir haben das Gefühl, dass die Preise weiterhin leicht steigen. Aber diese Steigerungsraten, die wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre gehabt haben, ich glaube nicht mehr, dass wir die in der Zukunft so weiter projekzieren können. In der Spitze sind die Quadratmeterpreise binnen eines Jahres sogar wie in Bad Kissingen um 32% nach oben geschossen. In Schweinfurt sind die Preise um 23% gestiegen, in Aschaffenburg um 21% und im Landkreis Würzburg um 15%. Wir sprechen für Stadt-Land-Gefälle, das haben wir natürlich auch, das ist klar. In Würzburg, in Schwäbisch Hall haben wir natürlich einen stärkeren Preisanstieg gehabt und haben wir auch immer noch stärker wie natürlich auf dem Land. Trotzdem haben wir auch in Bad Mergentheim, in Kreilsheim auch Preisanstiege. Die Corona-Pandemie, die Möglichkeit von Homeoffice sowie der damit verbundene Wunsch nach mehr Platz und Naturnähe haben die Verschiebung der Nachfrage ins Umland weiter verstärkt. Der Bedarf an Immobilien ist nach wie vor hoch, deshalb werden die Preise in absehbarer Zeit wohl auch nicht fallen. Wir merken eigentlich keinen größeren Bedarf, auch keinen kleineren Bedarf. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Und wie kann man sagen, im Privatbereich ist sie noch höher als im geschäftlichen Bereich. Corona spielt da vielleicht das eine oder andere mit. Die Leute gucken sich um nach Häusern, am besten mit Garten, damit man einfach daheim seine Zeit am besten genießen kann. Aber die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Auch die Preise für Häuser sind im Vergleichszeitraum deutlich gestiegen und werden das nach Einschätzung des Immobilienmaklers wohl auch weiterhin tun. Deshalb sein Tipp, dranbleiben und im Zweifel zuschlagen. Ja, also ich würde sagen, dauernd und sehr oft schauen, dranbleiben, am Ballbleiben, immer informiert bleiben, was macht der Markt, wo gibt es neue Häuser, wo gibt es das richtige Objekt. Und unsere Meinung, auch Empfehlung ist, sobald das richtige Objekt da ist, was einem gefällt, wo man sich wohlfühlt, was man einfach sagt, das ist für mich das Richtige, nicht warten und zuschlagen. Weil wer weiß, was der Markt macht, wer weiß, wie die Preise weitergehen. Im Neubau ist es auch so, dass der Preis weiter anziehen wird, ganz sicher. Und wenn ich jetzt sage will, billiger wird es nicht mehr, dann tut mir das oft für die Käufer auch leid, weil die Preise trotzdem sehr hoch sind. Aber ich würde nicht sagen, warten, das würde ich nicht sagen, nee. Nach teils kräftigen Anstiegen in den letzten Jahren verliert aber immerhin die Mietpreisentwicklung spürbar an Dynamik. Zwar verteuern sich in 69 von 80 deutschen Großstädten die Angebotsmieten, die Anstiege fallen allerdings geringer aus als in den vergangenen Jahren. Besonders in den hochpreisigen Städten ist das Abflachen der Preiskurve deutlich zu erkennen. Viele Mieter sind der Studie nach offenbar nicht mehr bereit, noch höhere Preise zu bezahlen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren. Missungen. Gee. Ich h ak 15, games und lose. Schnellel. Wir sind Quando. Versprochen. Und. Know, das sind vor allem, was ich was. Was.